Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Der Aktienmarkt ist sich ja nicht ganz einig, auch wenn man mal so liest, Publikationen sind sich nicht alle einig. USA und die globalen Aktienmärkte, in denen USA stark vertreten sind, kennen nur eine Richtung nach oben und feiern ein Allzeithoch nach dem anderen, während Europa plötzlich anfängt zu schwächeln. Und es geht nach unten und genauso finden wir ganz viele, die sagen, jetzt kommt ein Crash, es ist gefährlich, es gibt Risiken und andere sagen, die Aktien werden weiter steigen. Und das schauen wir uns mal genauer an. Wir wollen den Aktienmarkt auf den Zahn füllen und schauen, was sind Aktien eigentlich wert. Wie jeden Monat machen wir die Fundamentalanalyse gleich nach dem Intro. So, schauen wir uns zunächst mal den globalen Aktienmarkt an. In Euro bitte aufpassen und hier natürlich über 60% USA. Das heißt, der Dollar spielt hier eine Rolle und die USA-Märkte sind hier am meisten gewichtet und haben auch den größten Einfluss. Deswegen sehen wir hier am Stocks Global 1800, also die 1800 größten Aktiengesellschaften der Welt, nach Marktkapitalisierung gewichtet in Euro. Hier geht es schön seit dem Tief, seit Halloween, das ist der sogenannte Halloween-Effekt, ging es nur bergauf, bergauf, bergauf. Hier haben wir im April eine kleine Verschnaufpause gehabt, einen Rücksetzer, ganz normal, auch für einen Aufwärtstrend. Und hier geht es weiter bergauf und wenn wir hier jetzt weiter reinzoomen und ein bisschen hier weggehen von der Schrift, dann sehen wir, hier sind wir in einem schönen Aufwärtstrend. Nach Dow Jones heißt es, die Tiefs werden immer höher und die Hochs werden auch immer höher. Das ist so ein klarer Aufwärtstrend am globalen Aktienmarkt. Und schauen wir uns den wichtigsten Aktienmarkt an, den S&P 500, den amerikanischen Aktienmarkt, mit den 500 größten Aktiengesellschaften, auch marktkapitalisierungsgewichtet. Dann sehen wir hier ein ähnliches Bild, ist ja klar. Hier haben wir einen Tief in nahe Halloween und laut Halloween-Effekt schöner Aufwärtstrend mit einer Pause im April, ganz normal. Und jetzt geht es hier bergauf. Sessionale gesehen ist es etwas verschoben. Wir sind ja im US-Wahljahr, schauen Sie sich das saisonale Video an. Da erfahren Sie genaueres dazu. Ist es etwas zu früh gekommen? Der April ist in der Regel ganz gut und der Mai und der Juni schlecht. Wobei der Juni, da drehen sich meistens die Märkte. Also das ist so ein bisschen verzögert. Aber wir haben jetzt hier wieder einen klaren Aufwärtstrend. Die Tiefs werden immer höher und die Hochs werden auch höher. Schauen wir uns noch die Volumen an, dann sehen wir, okay, das ist normal. Das heißt, die Volumen steigen und die Kurse steigen bis hierher. Und da schauen wir jetzt mal genauer rein. Drei Monate. Hier, kaum geht es nach unten, kommen Investoren rein. Also es gibt viele Investoren. Sie sehen, kaum geht es nach unten, kommen Investoren rein und wollen wieder günstig Aktien kaufen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen für die Börse. Das bedeutet, dass viele noch Aktien haben, Aktien kaufen wollen und jeden kleinen Rücksetzer sofort nutzen. Jetzt sehen wir hier wieder Aufwärtskurse. Die Volumen gehen ein bisschen runter. Das ist jetzt aber nicht so dramatisch. Aber das ist eher ein Zeichen, dass es dann jetzt auch nochmal in den USA ein bisschen ruhiger werden kann. Schauen wir uns das Ganze doch in Europa an, dann sehen wir, hier haben wir auch seit Halloween, Halloween-Effekt, einen klaren Aufwärtstrend mit allerdings schon mal einen Rücksetzer im Januar und im April. Und jetzt, wenn wir mal genauer reinzoomen, drei Monate, jetzt haben wir seit, hier haben wir das gleiche Hoch, also es ist nicht höher, ein Tief, das ist höher als das Tief vorher, allerdings das nächste Tief hier ist tiefer und das nächste Hoch ist auch tiefer. Das heißt, jetzt sind die Hochstiefer und die Tiefstiefer, das heißt, das ist ein Abwärtstrend in Europa. Und deswegen schauen wir uns mal an, wie sehen die Aktienmärkte fundamental aus? Und wir schwimmen mal hier rüber. Das Wichtigste, wenn ich mir Fundamentaldaten angucke, ist erstmal, was bekomme ich sicher? Das macht jeder Anleger, was kriege ich sicher bei der Bank? Und vergleiche dann, was erwarte ich bei Aktien? Der sichere Zins weltweit ist 3,42 Prozent, das sind globale Anleihen. Und hier muss ich natürlich noch berücksichtigen, wie ist die Inflation? Die ist bei 5,9 Prozent, das ist natürlich ein Durchschnitt weltweit. Und dann haben wir Unternehmensanleihen mit 6 Prozent. Die Aktienrendite, das heißt, das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Kehrwert, das heißt, wie viel Prozent Gewinne habe ich im Moment, wenn ich investiere, dann habe ich 5,17 Prozent. Und die Eigenkapitalrendite ist bei 15,9 Prozent. So, was bedeutet das? Das heißt schon mal, dass ich mit einem sicheren Zins die Inflation nicht ausgleichen kann. Das heißt, lege ich mein Geld sicher an, dann wird es immer weniger wert. Ich kann also weniger Waren und Dienstleistungen in der Zukunft kaufen, obwohl sich jetzt nominal auch mein Wert erhöht. Also die Inflation kann ich schon mal nicht schlagen mit einem sicheren Zins. Im Vergleich aber, wenn ich Unternehmensanleihen habe, wenn ich keine Steuern zahlen muss und keine Kosten habe, dann kann ich die Inflation gerade so ausgleichen. Nachsteuern allerdings nicht mehr. Und mit Aktien sieht es auch so aus. Die Aktien haben eine Rendite von 5,17 Prozent. Also die Gewinne steigern ja meinen Wert. Und das ist auch zu wenig. Die Inflation wird nicht ausgeglichen mit Aktien im Moment am globalen Aktienmarkt. Die Eigenkapitalrendite mit 15,9 sagt, dass wenn sich Unternehmen finanzieren mit 6 Prozent, dann haben sie deutlich mehr Rendite und können diesen Kredit auch gut bedienen. Wenn diese Zahlen sich mal nähern, dann wird es gefährlich. Dies ist nicht der Fall. Allerdings muss man sagen, dass weltweit gesehen Aktien jetzt nicht so interessant sind wie Unternehmensanleihen. Und das sieht man auch am Markt. Der Druck auf Unternehmensanleihen ist sehr, sehr hoch. Hier wollen viele Anleger rein. Schauen wir uns das im wichtigsten Markt USA an. Dann sehen wir der risikofreie Zins. Das ist eine 10-jährige US-Staatsanleihe. Liegt bei 4,27 Prozent und Inflation bei 3,3 Prozent. Die ist jetzt wieder so ein klein bisschen runtergekommen. Das ist ja das Große, wo alle hingucken, alle Anleger. Die Inflation in den USA will nicht auf die 2 Prozent runter. Das ist das Ziel. Und schleppt sich so und jetzt ist mal wieder ein Zehntel runter. Das ist sicher ganz gut. Die Anleger sind erstmal beruhigt, dass es nicht nach oben geht. Aber hier wird einfach mehr erwartet. Und die Inflation ist nicht da, wo sie ist. Und natürlich immer die Angst, dass die Inflation noch steigen kann. Beziehungsweise im Moment die Angst natürlich, dass eine Rezession vorm Hause steht. 4,27 Prozent sicher. Inflation 3,3 bei Unternehmensanleihen. Der Zins ist deutlich gestiegen. Der war ja unter 5 noch letzten Monat. 5,95 Prozent für Unternehmensanleihen. Die Aktienrendite ist nur bei 5,7 Prozent. Hier sind Aktien des S&P 500 gemeint. Und die Eigenkapitalrendite bei 19,26 Prozent. Das heißt, der amerikanische Aktienmarkt ist viel zu teuer. Der Aktienmarkt ist sogar der Aktienrendite nahe beim risikofreien Zins. Und wenn sich das ein Anleger anschaut, dann wird er sagen, naja, wenn ich jetzt Aktien kaufe, habe ich ein klein bisschen mehr Erwartung, als ich jetzt sicher kriege bei einer Staatsanleihe. Dann nehme ich doch lieber die Staatsanleihe. Deswegen erwarte ich auch in den USA, dass der Aktienmarkt jetzt nicht so drastisch steigt. Außer im September haben wir natürlich gute Karten, wenn die FED tatsächlich den Zins senken sollte. Dann geht das Zinsniveau runter. Dann sieht es wieder anders aus. Aber im Moment sieht man auch schon am Aktienmarkt, das können wir im nächsten Video machen, deswegen abonnieren Sie unbedingt den Kanal, dass der Aktienmarkt in den USA zwar steigt, aber es sind immer weniger Aktien, die tatsächlich steigen. Wir haben ja schon gesehen, NVIDIA, ich meine, die sind natürlich exorbitant gestiegen, die können auch mal wieder zurückkommen. Das war sicher übertrieben. Aber wir sehen, dass da diese Richtung jetzt nicht mehr nach oben ist. Und da sind immer mehr Aktien, die jetzt fallen und nur wenige große Gesellschaften, die den S&P 500 noch nach oben sehen. Also in den USA muss man ganz klar sagen, die meisten Aktien sind viel zu teuer und da investiert man lieber nicht. Allerdings die Eigenkapitalrendite sehr, sehr hoch, im Gegensatz zum Finanzierungszins, das sieht gut aus. Dann schauen wir uns Europa an. Hier haben wir bei europäischen Anleihen, das ist so eine Gemenge, 3,1%. Die Inflation in Europa deutlich besser als in den USA mit 2,6%. Unternehmensanleihen deutlich niedriger, 4,04%. Aber die Aktienrendite ist viel, viel höher bei 7,21%. Und auch die Eigenkapitalrendite hat noch ein sehr gutes Niveau von 14,28%. Also da kann man nichts sagen. Der europäische Aktienmarkt ist eigentlich viel interessanter und deswegen sollte er nicht fallen, sondern er sollte eigentlich gleich bleiben oder eher steigen wie USA. Also das ist schon merkwürdig, dass USA, obwohl so teuer es steigt und Europa fällt. Was damit Aufsicht hat, machen wir am Schluss. Wenn wir uns jetzt aber auch noch Asien kurz angucken. Asien 2,23%. Hier habe ich eine chinesische Anleihe. Hier gibt es leider keinen Mix wie in Europa. Inflation 1%, auch das ist China und Unternehmensanleihen habe ich hier nicht bekommen. 7,2% Aktienrendite, also auch extrem günstig im Gegensatz zu USA und 12,2% Eigenkapitalrendite. Das heißt, der asiatische Markt ist deutlich günstiger bewertet, aber hier sind Ängste ähnlich wie in Europa. Deswegen sind hier die Kurse so niedrig im Gegensatz zu der Gewinnsituation. Wir interessieren uns natürlich auch noch für den DAX. Wenn wir die deutschen Aktien angucken, eine deutsche Staatsanleihe 2,42% auf 10 Jahre. Inflation 2,4% in Deutschland. Das heißt, mit einer Staatsanleihe, wenn ich noch Steuern zahlen muss, bis ich Kosten habe, kann ich die Inflation nicht schlagen. Das ist in der Regel so, dass ich mit einem sicheren Zins auf der langen Seite die Inflation nicht schlagen kann. 4,04% bekomme ich für Unternehmensanleihen auch in Deutschland. 7,67% Aktienrendite, also richtig gut. Also wir sind hier am günstigsten bewertet. Und die Eigenkapitalrendite allerdings am kleinsten, 11,82%. Ja, das heißt, deutsche Aktien sind super interessant, wenn man die Werthaltigkeit, also die Gewinnsituation, die Vermögenslage anguckt, sehr, sehr günstig. Das hat aber Gründe. Und jetzt schauen wir uns noch, bevor wir uns kurz überlegen, warum ist das so und sollen wir jetzt einfach fundamental anlegen oder soll man lieber die Ängste haben, die die Amerikaner haben? Da gehen wir gleich drauf. Wir wollen uns noch was anderes angucken, nämlich die kleinen Aktiengesellschaften in Deutschland, die Small Caps. Auch hier 2,42% Staatsanleihe und 2,4% Inflation, auch die Unternehmensanleihe 4,04%, aber die Aktienrendite deutlich höher, 8,72%. Das heißt, die Kurse im Gegensatz zur Gewinnsituation und zur Vermögenssituation bei kleinen deutschen Aktiengesellschaften sind viel niedriger. Die sind extrem unterbewertet. Wenn ich nach werthaltigen Aktien suche, die im Moment einen schwachen Kurs haben, dann finde ich das bei den Small Caps. Die Small Caps sind extrem unterbewertet. Große Chancen, allerdings auch Risiken. 9,68% Eigenkapitalrendite, das ist die kleinste. Da sehen wir schon, dass hier doch irgendwie, da wird es noch nicht knapp, noch lang nicht, aber die Eigenkapitalrendite ist hier doch deutlich niedriger. So, jetzt fassen wir mal zusammen, was bedeutet es? Als allererstes, dass Europa jetzt runtergeht, ist von USA gemacht. Also man muss sagen, dass USA hat ja doppelt so viel Vermögen, auch in Aktien, als wir in Europa. Dann ist Europa, die Aktien gehören ja auch gar nicht Europa, sondern USA und China und so weiter. Also nur ein Teil, natürlich nicht alles, aber was ich sagen will, der Markteinfluss von USA ist deutlich höher. Das heißt, die Kurse werden eigentlich von USA, von der Stock Exchange, von den Anlegern dort bewegt, und zwar von den großen Vermögensverwaltern. Und die sind im Moment auf Europa, ja, ich glaube gar nicht so, dass sie was gegen Europa haben, denn die sehen ja auch, dass die Aktien unterbewertet sind, dass da Gewinne da sind, Vermögenswerte da sind, dass da Chancen da sind. Aber die Amerikaner, muss man wissen, wenn die den Aktienmarkt scheuen und ihr Risiko verringern, verkaufen die erst mal die europäischen Aktien, bevor sie die eigenen amerikanischen Aktien verkaufen. Und umgekehrt ist es auch so, wenn der Aktienmarkt gut ist und wieder läuft, kaufen sie erst mal amerikanische, bevor sie woanders gucken, nach Europa gucken. Und wir haben natürlich in Europa dann noch ein paar Probleme, die USA sieht, das ist ganz klar, da braucht man nicht drüber gucken, immer noch Ukraine-Krieg und so weiter und so weiter. Aber für mich ist das ein Zeichen, dass die amerikanischen Märkte jetzt auch schwächeln werden. Vielleicht nicht sofort, denn der Juli ist in der Regel ein sehr guter Monat. Bitte schauen Sie sich das saisonale Video an. Im Juli kommen ja Halbjahresberichte raus. Es kommt neues Geld von Vermögensverwaltern und zwar weltweit von Vermögensverwaltern und von Aktiengesellschaften in den Markt. Das treibt die Kurse einfach hoch. Und August, September sind eigentlich die schwachen Monate. Da kann ich mir eher vorstellen, dass wir da einen Rücksetzer bekommen. Einen richtig großen Crash erwarte ich nicht. Aber man weiß es immer nicht. Das kann, wenn ein paar zu viel verkaufen und die Kurse zu schnell runterrutschen, dann bekommen noch viele Anleger Angst und verkaufen auch noch und kann ein Crash ausgelöst werden. Oder es kommen die Nachrichten der Blackthorn, den wir jetzt noch nicht kennen. Das ist natürlich immer das Risiko da. Aber jetzt so, dass man jetzt schon sagen kann, nach allen Analysen ist jetzt die Crash-Gefahr, würde ich sagen, normal, wie immer. Okay, das ist so meine Einschätzung vom Markt. Wir werden Anfang nächster Woche oder in der nächsten Woche, ich weiß noch nicht, wie es klappt und wann die Zahlen kommen, schauen wir uns das Risiko am Aktienmarkt an. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald, Ihr Thomas Hupp. 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 Untertitelung des ZDF, 2020